Kann eine Betriebsratswahl in Corona-Zeiten überhaupt stattfinden? Und kann man Betriebsratswahlen verschieben? Wenn Sie aktuell über Betriebsratswahlen nachdenken, dann sollten Sie diese Informationen nicht verpassen. Heute beschäftigen wir uns mit einem hochbrisanten Thema, nämlich kann in der aktuellen Zeit, in der Corona immer noch über uns wütet, ein Betriebsrat gewählt werden? Als erstes sollten wir vielleicht klären, wann wird überhaupt ein Betriebsrat gewählt? Wenn bei Ihnen schon ein Betriebsrat besteht, dann wird der neue Betriebsrat grundsätzlich erst mit Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit von März bis Mai 2022 gewählt. Es gibt jedoch auch außerplanmäßige Wahlen, wenn zum Beispiel der Betriebsrat nicht mehr aus der erforderlichen Anzahl an Mitgliedern besteht. Und wenn Ihr Betrieb bisher betriebsratlos ist, dann kann jederzeit ein Betriebsrat gewählt werden. Die wohl interessanteste Frage ist aber, darf in Corona-Zeiten überhaupt ein Betriebsrat gewählt werden? Und hier habe ich eine freudige Nachricht für Sie. Ganz klares Ja! Natürlich müssen Sie aber die jeweils aktuell geltenden Corona-Regeln berücksichtigen und einhalten. Das sollte Sie aber grundsätzlich nicht davon abhalten, einen Betriebsrat zu wählen. Trotzdem kann es durchaus sinnvoll sein, über eine Verschiebung der Betriebsratswahlen nachzudenken. Denn je nach den geltenden Corona-Regelungen und den aktuellen Betriebssituationen sind teils erhebliche Anpassungen bei der Betriebsratswahl vorzunehmen. Dazu sollten Sie wissen, Betriebsratswahlen, die nicht turnusgemäß alle vier Jahre stattfinden, können verschoben werden. Bei betriebsratslosen Betrieben entscheiden Sie selbst, wann die Wahl stattfinden soll. Bei außerplanmäßigen Wahlen mit bereits bestehendem Betriebsrat kann der Wahlvorstand die zeitliche Fixierung der Wahl ebenfalls mitgestalten und so eine Verschiebung vornehmen. Bei Ihrer Entscheidung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen. Zum einen, wie dringend ist ein Betriebsrat nötig, um die Rechte Ihrer KollegInnen zu schützen? Je mehr Ihr Betrieb von der Krise und damit verbundenen Umstrukturierungen betroffen ist, desto schneller sollten Sie ein Betriebsrat gründen und Anpassungen in Kauf nehmen. Zum anderen, wie einfach kann der Kontakt zu den KollegInnen hergestellt werden? Wenn zu erheblichen Kontaktschwierigkeiten auch noch stark einschränkende Corona-Regelungen hinzukommen, ist eine Verschiebung in der Regel erstmal die bessere Alternative. Wie Sie sehen, ist die Frage, ob durchziehen oder verschieben, keine pauschal zu beantwortende Frage, sondern abhängig von Ihrem konkreten Einzelfall. Und zuletzt noch ein Hinweis. Haben Sie keine Angst vor einer möglichen Anfechtung der Wahl. Die erfolgreiche Anfechtung lässt die bisherigen Handlungen des Betriebsrats unberührt und macht die nur für die Zukunft handlungsunfähig. Aber bitte aufpassen! Fehler, die zur Nichtigkeit der Wahl führen, sollten Sie natürlich vermeiden. Dafür braucht es aber eines sehr groben und offensichtlichen Verstoßes gegen die Wahlordnung. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie in einem Betrieb, der überhaupt nicht betriebsratsfähig ist, eine Betriebsratswahl durchführen. Und wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen, wie eine Betriebsratswahl überhaupt vonstatten geht, dann schauen Sie doch gerne einmal auf www.betriebsratswahl.de vorbei. Dort finden Sie alle Informationen, die Sie für eine erfolgreiche Betriebsratswahl brauchen. Sie müssen sich aber auch nicht alleine durch den Gesetzesdschungel kämpfen. Die WAF bietet Seminare und auch Webinare zum Thema Betriebsratswahl an. Schauen Sie mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir Ihnen die Angebote verlinkt. Mein Name ist Caroline Wiesbauer. Ich bin Volljuristin und Fachreferentin bei der WAF und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Betriebsratsgründung.